Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Krona. Krona? Krono. Pokémon Krono, es kam längere Zeit kein Part. Ja, es liegt daran, dass wir einfach mal ein bisschen was zu tun hatten. Ja, ich habe in der Zeit ein bisschen gelevelt. So ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, wir können jetzt weiter vorrücken. Die Armee. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder von Team Krono noch kommen. Aber mal gucken, was sich da jetzt noch ergibt. Achso, genau. Ich glaube, das Licht passt sich, glaube ich, der WeLive-Tageszeit an. Bei mir ist es gerade dunkel. Da muss ich mal kurz ins Pokémon Center. Es ist nämlich aktuell 23.46 Uhr. Ähm, ja, aber das sollte uns nicht stören. Ansonsten könnte ich auch die PC-U einfach umstellen, aber... Kann man es eigentlich so machen? Nee, kann man, glaube ich, nicht so einfach machen. Okay, egal. Ähm, weiter. Ja, wir haben ja noch dieses eine Pokémon dabei, was sich zu diesem Ninja-Pokémon entwickelt. Kill, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber egal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch... Ja, Vorsicht geht. Beziehungsweise wie viele Gätener noch kommen, dass wir endlich mal hier in die... ...Arena rein können. Den haben wir ja schon. Ich glaube, wir sind oben auf der Brücke. Oder hier, diese Treppe hoch. Da haben wir, glaube ich, verkackt hier bei dem, der jetzt kommt. Nee, den haben wir schon besiegt. Den haben wir bei ihr verkackt. Ah, stimmt. Ich stehe nicht in fremde Angelegenheiten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich meine Pokémon jetzt sortiert habe. Okay, Hedaro. Äh, ich bin gespannt. Ob wir da irgendwie was reißen können. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Absurd ist tot. Ist schon mal gut. Ich habe noch den XP-Teiler drin. Gut, die war gar nicht so stark. Ich muss mal kurz gucken. Pokémon. Genau, ich hätte den XP-Teiler jetzt am Master hergegeben. Dass der halt noch ein bisschen mitgrout. Ähm, ja, hier könnt ihr einmal sehen. Der Nasenbär ist auf Level 14. Master ist auf Level 16. Auro in Level 20. Christoph auf Level 13. Und Hedaro Level 15. Ja, und oh, hier oben sind wir schon. An einem Ziel einmal kommen. Was ist das hier? Steht da was dran? Verdammt! Warum passiert da nichts? Die Tafeln geben doch eindeutig den Hinweis, dass die Orbs hier einlegen muss. Ach, dass ich die Orbs hier einlegen muss. Äh, Post? Ich glaube, wir haben... Wie oft habe ich euch gesagt? Nee, ich bin nicht Post außerdem. Moment, was? Du, schon wieder. Kind, ich habe... Kennen wir den? Lass mich den Fremden einleeren. Ich will dir nicht wehtun. Aber wenn du nicht länger... Wenn du dich länger an unsere Angelegenheiten einmischt, habe ich für keine andere Wahl. Unsere Aktionen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Oder zumindest dem von Team Krono. Wir werden mit Hilfe der gestohlenen Orbs, Palkia und die Eiger... Hm. Also heute nicht, dass ich hier und Palkia und die Eiger mit ihrer Hilfe wehren will die Zeit zurückkehren und von der Zeitpunkt an dem... Boah, verdammt. Zeit, doch nicht immer mehr so einen Plan. Nein, misch den nicht ein. Aber du hast recht. Kind, ich werde dir jetzt einen für einmal in den Weg ronnen. Ist immer so. Komm, erzähl mir erst den ganzen Plan, was abgeht und dann... Dann machen wir weiter. Und vielleicht können wir den jetzt besiegen. Ein Abok auf Level 618. Ähm. Dragon Rage. Okay, druck. Hätte ich vielleicht vorher einen Trank einsetzen müssen. Abok ist ein Gift-Pokémon. Das könnten wir vielleicht hier mit uns anders gehen. Hm, hm, hm. Ach, fuck. So, ob er nicht getroffen hat. Ah, geht doch. Ah, sieht ja gar nichts ab. Egal, der... Okay, das ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Das ist gut. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen mit den Steinen schwächen. Wenn wir jetzt nicht tot sind. Okay, dann haben wir noch. Und dann nehmen wir gleich einfach Sherlock. So, der ist tot. Dann nehmen wir jetzt Sherlock und beenden das Ganze. Der müsste eigentlich was draufhaben. Ja, Watergun. Puller, Heuler, was auch immer. Zack. Ähm. Der liebe Herr Daru hat mir übrigens eine neue Version geschickt von Pokémon. Meinte, da sind Verbesserungen drin und das Spiel hat etwas weitergeführt. Nein, nicht spät. Ich weiß halt nur nicht, ob das funktioniert. Ähm, dass wir denn den Spielstand haben. Deswegen... Also kann sein, dass es irgendwie im Absturz oder so. Und da habe ich halt echt gar keinen Bock drauf. Okay, alles klar. Das wird noch eine kritische Sache. Und dann habe ich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen spiele ich erstmal so weit. Das geht hier mit dem Spielstand weiter. Und dann sehen wir ja noch was. Weiter. Oh Gott, das sieht gar nichts ab. Fuck, da bin ich glaube ich schon wieder verloren. Ich sehe es schon. Mann, nein. Als ob wir verloren haben. Also eine Nasslock-Challenge ist in diesem Pokémon-Spiel nicht möglich. Ah, ich habe nur einen Scheiß. Das Ding ist halt... Wie gesagt, ich will nicht mein Spielstand gefährden. Ja, komm, verloren, alles klar. Danke. Da müssen wir wohl noch ein bisschen trainieren. Ba, 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 ba. So. Ähm. Ist ein A-Bock. Das erste Pokémon. Das zweite ist ein Golbert. Das Golbert könnten wir vielleicht gegen Lavita kämpfen lassen. Das A-Bock dann generell gegen, äh, Schillok. Das heißt, ich... Pfff. Hoffen, man kann doch gegen ihn kämpfen, nicht dass das irgendwie jetzt verpackt ist. Deswegen tausche ich nämlich einmal. Die beiden. Das wir dann mit Schillok erstmal, ähm, rasieren. Und falls er dann stirbt, haben wir immer noch den... das Lavita, um dann gegebenenfalls nochmal Drachen-Mut einzusetzen. Weil, äh, das ist so blöd bei ihm gerade. Deswegen jetzt zweite Chance und... Kann ich überspringen? Okay, nein, wahrscheinlich nicht. Aber wir können es mit der Letters skippen. Das klackt ja wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit. Ja, aber... Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, vielleicht. Ob ihr so ein anderes... Spiel noch so sehen wollt. Irgendwie von... Keine Ahnung. Game Boy Advance oder sowas halt. Oder Pokémon. Und falls überhaupt jemand hier zuguckt, ich werde die anderen Lettsplätze auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Die alle angefangen sind. So, jetzt bin ich gespannt. Biss zieht auf jeden Fall nicht so viel ab. Einfach knarre, aber auch nicht. Aber... Was für das andere Blub... Blubber. Blubber. Blubble. Genau. Aber, dieses Aberkrieme tot. Genau, jetzt noch einen. Einmal kommt, das trifft er auch. Genau. So, jetzt ist der tot. Ich weiß gar nicht, wie viel Blubber hat der eigentlich. Okay, Level sind Level 21, sehr gut. Und das ist Level... Und dann war ein Roost. Ja, komm, muss man was vergessen hier. Leia. Zähl hier nichts ab. Was man hat vergessen. Ich weiß jetzt nicht, was Roost ist. Kann ich nachher mal googeln. Nein, ich will das Pokémon nicht changen. Ich will... Versuchen, Golbert... Etwas zu schwächen. Ähm... Warte mal. Vielleicht hab ich noch einen Trank dabei. Nee, hab ich nicht. Schade. Das heißt... Wahrscheinlich ist mein Schluck jetzt tot. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt Lavita nirgen. Hast drei Level unter der Hand, deswegen bin ich gespannt. Dragon Rage. Ich hoffe, ich bin nicht direkt tot. Okay, nur Superschall. Das heißt... Es kann nur das werden. Lavita ist ver... Okay, Fall ist es verletzt. Ich hasse das so. Das geht mir so auf den Sack. Ohrenpüß. Alles klar. Schleich noch mehr. Komm, bitte, bitte. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir verloren. Weil wir einfach nichts einsetzen können. Ja, was soll... Mann, ich hasse das so. Es geht mir so auf den Pissern. Ey. Jetzt sind wir eine Folge nur da. Bei dem Pissern dran. Ich setze einfach mal Roost ein. Was auch immer das ist. Oh, als ob wir uns nicht bewegen können. Loll. Die Attacke kenne ich gar nicht. Dass man sich selber heilen kann. Das ist natürlich auch nice. Jetzt können wir nämlich einmal angreifen. Zack. Dann können wir uns einmal selber heilen. Wenn wir jetzt nicht... Oh Mann, wie kommen wir so ganz ehrlich. Ach, das ist doch scheiße, Alter. Ohne Witz. Und mir hat irgendwer sogar in die Kommentare geschrieben. Ich soll nicht immer jeden Kampf machen, sondern mal flüchten. Da sieht man, wie am besten ist, wenn man flüchtet immer. Ich hab... Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Oh, nur Witz. Hoxrow bringt, glaube ich, gar nichts. Oh, Critical Hit. Das ist nicht wirklich effektiv. Oh, wobei... Oh, super effektiv. Na, vielleicht... Vielleicht haben wir es jetzt. Gut. Ich hab vielleicht noch ein Pokémon. Da haben wir nämlich... Dann haben wir verloren. Oh, Level 15. Nice. Thunder Wave. Okay, Donner Schock. Äh, Donnerwelle. Dass du den paralysierst. Und dann kurz auf jeden Fall gegen Herdner tauschen. Das bohren nämlich keiner. Oh, Level 16. Nice. Vielleicht... Evoli. Komm, dann ballern wir dem erstmal. Okay, er macht nur Wutenschlag. Okay, so Evoli kann man easy besiegen. Dann machen wir dem erstmal. So, jetzt haben wir es paralysiert. Und jetzt ballern wir dem mal. Ich hoffe, bitte nicht tot. Ah, das... Das ist gut. Das könnte unsere Rettung sein. Okay, es sieht auf jeden Fall mehr ab. Oh, einmal noch. Und es setzt nur Sandwebel ein. Ach, komm, ich mach einfach nochmal... Dingens. Müsste eigentlich... Wenn es jetzt trifft... Wahrscheinlich erst jetzt trifft es nicht. Alter, das wird eine richtig knappe Sache. Es trifft schon wieder nicht was. Als ob Sandwebel so viel ausmacht. Aber, ähm... Tackle müsste eigentlich safe treffen. Komm schon, bitte. Ja, Mann. Ich hoffe, der hat nicht noch ein Pokémon. Jawohl. Boah, richtig knapp, Alter. Wir konnten schon wieder gegen dich verlieren. Naja. Immerhin habe ich mein Team. Nud Zeit verschafft, mit dem... ...Tieb ist gut zu verschwinden. Schliessikowski. Okay. Nein, es geht hier. Ich bin eh leicht tot. Also ich kann trotzdem mal hier reingehen. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Ich bin gespannt, ob man stärker noch... Ne, Zertrümmer ist. Zertrümmer noch bekommt. Oder nicht. Weil wenn nicht, dann... Äh, ist das klar, dass es für den nächsten Part... Äh, was heißt für den nächsten Part... ...für die Hauptversion ist. Wenn man es aber noch bekommt, dann heißt das, dass wir noch übel viel zu tun haben. Weil wir dann ja noch mal locker hier in die eine Höhle noch mal rein müssen. Und dann da oben noch mal. Da gibt es bestimmt noch viel zu holen. Jetzt will ich erstmal hier ins Pokémon Center. Ich bin gespannt, ich hoffe. Wir müssen ja nach dem Pokémon Center noch irgendwo hin. Irgendwohin. Äh, nach der Arena. Deswegen bin ich gespannt. Weil es ja so an sich nicht weitergeht. Das heißt, wir müssen ja eigentlich Zertrümmer bekommen, weil der uns jetzt die beiden nächsten ausgängig versperrt. Ich bin gespannt. Vielleicht sagt jetzt auch der Arenaleiter gleich, äh, ja, hier, du, äh, das war's mit dem Pokémon-Spiel. Dann, äh, muss ich das Spiel erstmal auf Eis legen. Und dann da auch fragen, wie es weitergeht. Vielleicht natürlich auch mit unserem nächsten Updater, was wir haben. Und, hast du meine wertvollen Steine? Was? Sie konnten nicht kommen. Das ist ein Dator. Was nun? Was tun? Na gut. Jetzt, wo sie sowieso schon weg sind, kann ich mir die Ausmacht vorerstellen. Ich bin Ray. Derin- Ray ist von Star Wars. Derinleiter von Drysand City. Wir sollten überlegen, was wir als nächstes tun. In Rayner City ist das Polizipräsium und dort müssen wir auf jeden Fall Bericht erstatten. Ich habe leider eine Neuner zu sein. Ich weiß, das ist eine große Bitte. Aber könntest du für mich nach Rayner City und der Polizei von den Vorfällen berichten? Rayner City ist ja ziemlich viel weg von ihr. Dazu musst du dich durch die Ruinen. Ihr Weg vorhin allerdings ist durch Schutt versperrt. Weißt du was? Wenn du mich in deinem Arena-Kampf besiegst, schenke ich dir noch zu, die ist versteckte Maschine zu trümmern. Damit solltest du einen Schutt besatzen können. Und desto trotz muss ich mich an den Regeln erinnern. Deshalb muss ich das mal erinnern und dann mich in den Kampfpferen bezwingen. Ich wünsche dir viel Glück. Äh, ja, alles klar. Nur das Ding ist, was mich ein bisschen wundert. Ähm, wir sollen ihm helfen. Und der will, dass wir ihn erst in den Kampf besiegen. Aber gut. Ich bin bereit. Alles klar. Die Treppe sieht, ja, kannst du noch irgendwie vielleicht hier was hinbauen? Das wäre ganz cool. Halt, erst musst du mich vorbei. Das sind ja alles... Was war der erste Arena nochmal? Ich glaube Käfer oder so, ne? Das sind ja alles jetzt Gesteinstüten. Das heißt, Watergun müsste eigentlich ziehen. Ja, okay, es geht. Nein, ich werde erst mal Sherlock jetzt ein bisschen hochtrainieren. Auf Level 36 entwickelt sich zu Turtok. Das heißt, egal, wir trainieren das erst mal, dass wir in Anführungszeichen einen kleinen Badass haben, dass wir in Anführungszeichen eine Notlösung sagen. Ja, ich bin gespannt. So, Freunde, aber haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Und damit ist der Part auch beendet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder mit den Worten des Anführers zu sagen. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.